Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Summoner. Ich bin Summoner Gameplay ist und bei mir ist... Cooler Heart! Ja, Leute, eigentlich sind wir schon wieder mal etwas weiter, da bei der letzten Aufnahme hatten wir Soundprobleme. Also, wir haben gesprochen, aber es war kein Ingame-Sound da. Ich glaube, irgendwas wird uns dann hündern, dieses LP fertig zu kriegen. Glaube ich auch. Auf jeden Fall haben wir uns das bis hierhin hingespielt und ich würde sagen, weiter geht's, ne? Faktor, was uns dann hündern will. Das ist schon nicht die Urania. Weil es die Erdbeer in echt gibt. Ich hau mal wieder den Impro aus, ne? Ich weiß, weil er ja so viel drin ist. Er heilt. Dich. Ich heil mich mal kurz mit Trank daheim, ne? Und den hast du noch? Ich bin tot. Was, klar. Na, toll. Äh, lol. Also, mich schon aber im Moment kaum einer umgebracht hat. Einen Moment gestoppt als gestorben ist. Ist das eine Bedeutung? Ach, äh. Oder war es die Illuminaten? Dank meinem Level-Up kann ich auch jetzt ein Feuerball zaubern. Klasse. Tut mir halt, Leute, aber... Ich kann halt nichts dafür, dass es halt dann nicht den Sound mit aufnimmt. Ja. Wir haben uns sehr bisher hinhergespielt. Ich hab euch alles Bescheid gesagt, was passiert ist, und ja. Ich heil dich, ne? Yeah. Dein Impfen. Tschüss, ich habe nur in meinem Leben. Ja. Und das Feuer bleibt schön da und verletzt mich. Ich brauche dich jetzt so dringend, den Impfen dich zu heilen, ne? Ja. Paul. Du hast doch schon immer, dass das Pilots los ist. Ja, er ist gegen uns. Der kann gerade nicht heilen, ne? Ja. Und? Kannst du froh sein, dass du mich an deiner Seite hast? Weil du auch da in dem Impfen schläfst. Ich heil dich gerade. Ich weiß. Du willst auch mal sein, dass du in dem Impfen schläfst. Was denn? Keine Ahnung, was? Der Kapsel zur Verfügung, die Wolke, das Elementar. Oh, der Samus tot. Jetzt hast du schon wieder mal ein Geld geklaut. Ja. Irgendwie will der uns nichts machen. Ja. Bis wir ihn angreifen. Bis wir ihn angreifen. Bis wir ihn angreifen, genau. Und dann, dann ist es rund. Da hält er sich nämlich. Kleine Drecksau. Und dich hält er nicht. Natürlich. Das ist einfach schick sein. Wenn er sich nicht heilt. Schick sein oder nicht. Gleich kriegt er auf die Fresse. Genau. Scheiße, ich habe glaube ich auch den Impfen getrückt. Aber er macht trotzdem nichts. Und er hat schon fast aufläuft. Und er hat sich auch noch den Level abgefahren, ne? Ich bin auf Level 10. Ich bin mit dieser externen Seite. Nein, das war glaube ich vorher. Ja, stimmt. Das war vorher. Level 10 war vorher. Ja, komm. Ja, komm. Der Samu, ein Hit noch. Komm. Komm. Nee, zwei. Nein. Jetzt wird er. Und jetzt gibt es auf die Fresse. Komm. Du hast mich verlassen, jetzt gibt es auf die Fresse. Du magst den Imp echt sehr. Natürlich. Doch, wie er mich heilt. Erst doch. Komm, jetzt. Jetzt können wir endlich weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Echt? Wir wissen schon, was passiert. Und wir freuen uns genauso wenig drauf. Äh. Also ich freue mich genauso viel, weil es gibt nochmal schon Erfahrung. Ja, aber ich meine eigentlich, bezogen auf zukünftige Ereignisse. Ach so, ja. Du weißt, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich gebe den Feuerball. Ja, weil man ihn noch so schön sieht. Also ich sehe ihn bei mir. Bei mir ist nichts. Na, das ist bei mir ist es, das ist mir schlitzig. Bei uns kriegen wir jetzt auf einmal random Schaden. Ich sag dir, irgendwas will nicht, dass wir die Let's Plays zu Ende kriegen. Ach, das kriegen wir schon zu Ende. Ja. Trust me. Wie kriegen das zu Ende? Wenn ich dir vertrauen würde, würde ich definitiv nicht zu viel stärken. Du hast dein Level Up. Schon wieder. Ich war... Geht halt irgendwie schnell mit dem Level Up. Äxte, ausweichen, parieren. Ja, klingt... Klingt natürlich. Na, ich mach schon mal mit demnächst Axt-Temper weiter. Ja, klar. So, und was jetzt? Jetzt bleibt Schloppe. Stimmt. Und dein Impfmacht seit deinem... Geht man weiter jetzt das Futter? Äh, Futter, vor allem Feuer. Ja, jetzt sieht man's. Aber ich sehe nicht ganz viel Schaden viel. Punkt der Behalte. Ja, das war ja jetzt, dass das auch gehört hat. Und schon wieder kriegen wir keinen Loot. Aha. Das ist ein Schweine. Und zwei Axt-Kämpfer. Echt? Dann nehm ich den rechten. Ja, okay. Mach ich den nehm so. Ich sage, dann nicht, dass ich rechts bin. Hä? Ach so. Der hat lang gedauert. Den herauszubekommen, oder dass ich es merke, was du meinst? Sowohl hat es auch. Nein, eigentlich eher letzter was. Na dann. So. Und was machen wir dann? Du gehst mal die Klöten. Hoch oder links? Äh, du folgst mal am besten. Oder nach links oder rechts? Was ist dir lieber? Äh, den Gegner zu töten. Jetzt hat man ganz schön einen Witz geklaut. Er hat ruiniert. Ich glaube, hast du ihn ja nicht. Genau. Und was würdest du noch gerne next-plane aus der Summoner? Das weiß ich noch nicht. Du bist so schlecht tot. Ich weiß. Oh. Ich weiß. Ich muss mal wieder alles übernehmen. Ey, ich hab's gerade die ganze Zeit gedenkt. Ich hab gerade deinen Job übernommen. Ja, weil du im Weg standest. Das hab ich dir schon mal erklärt. Komm einfach mit. Oder, warte mal. Das hab ich dir in den letzten Part erklärt. Nur, das wird ja nicht funktionieren. Stimmt. Und was will denn uns wirklich dran hinnehmen? Nö. Nichts außer uns selbst. Da gebe ich dir recht. Wie kann man dich nur dermaßen selbst im Weg stehen? Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall wieder ein Axtkämpfer. Wie läuft der eigentlich so gebeugt? Na ja, seine Axt wird wohl schwer sein. Der wird wohl schon Rückenprobleme haben. Ja, ich trage auch eine Axt. Denn ich hab keine Rückenprobleme. Du hast ja auch Muskeln, der Nutz. Stimmt. Ich bin ja auch keine Uranie. Offenlich. Nein, du bist... Wo kommst du aus Medeva? Was find ich? Medeva, der andere da. Wo wir vorher die ganze Zeit waren. Ach so. Verstehe ich Ihnen Komplimente? Ja, zwei Stück. Wir sind gerade in Uranie. Ach so, deswegen sind hier alle Uranies. Keine Ahnung, ob es wirklich so heißt, der Fall. Ne, ich glaub nicht. Wärts zum möglich? No, ich glaube nicht, dass wir hier langen müssen. Na, lass trotzdem machen, wegen der Erfahrung der Dicht. Das sind nur was am Morales. Bleib du da hinten. Ich hol sie wieder. Einzelne. Stimmt, das facken wir ja schon. Hm. Die halt einfach nicht kommen. Das ist die Pläne. Endlich mal. Bleib du da hinten. Alter, der will wirklich nicht kommen. Ich sehe aber gerade keine Lebensanzeige. Ich kann auch, dass du mich den anderen anschließt. Streifen wir den anderen an. Ja, und dann kommen sie wahrscheinlich beide. Na? Ah, doch. Da kommen zwei. Ja, aber nicht die, die wir vorher angegriffen haben. Aber dann können wir ihn in aller Sehen Ruhe anschlafen. Ja, das ist angreifend. Was? Anschlafen. Genau, weil wir auch jetzt töten, geht das, was läuft mit Schlafen töten. Anschlafen. Ach so, schlafen. Sag das doch. Hab ich doch, anschlafen. Du verstehst mich nur nicht. Ich verstehe anschlafen. Ja. Wahrscheinlich willst du bald schlafen. Nein, ich bin noch sehr wach, danke. Ernsthaft? Ja. Langweilig. Wieso ist das langweilig? Was rum denn? Wo schönes kann stehen und es passieren? Ja. Oh. Ich glaube, ich bin bis gerade durchgeschaltet. Dann kann das sein. Oh, das ist ein Haramaki. Oh, geil. Roten Bogenmedalier. Willst du beides? Gib mir einfach das Haramaki. Und das Bogenmedalier, das ich nicht gebrauchen kann? Keine Ahnung. Na, wer hat denn hier von Spannbögen? Du oder ich? Ha? Ich kann es lernen, aber ich glaube, ich werde keinen benutzen. Na, schau. Dann verkaube ich deine Spersten gelegenheit. Wenn mir noch mal einen Hund vertressen, gerne. Dank der Heilung. Blutdieb. So, dann guck mal her. Wo ist denn das Vieh? Ich finde es gerade echt nicht. Willst du mich verarschen? Ja, ich finde es nicht. Ich habe eins in meinem Inventar. Dann habe ich es wohl übersehen. Ja. Und ich finde es nicht. Wieso hast du es denn aber einmal? Wahrscheinlich habe ich wohl schon eins gefunden bei dieser abgebrochenen Aufnahme, ohne es gemerkt zu haben. Ja. Ja, das heißt abgebrochen, wegen externer Soundstrüge. Aber dann hätte ich doch eigentlich auch eins. Komm mal, wir lassen den Samu da verpackt sein. Nein. Schindlich. Habe ich mich verlesen? Möglicherweise. Möglicherweise hast du dich verlesen. Ach, Jolo. Wenn ich irgendwann mal eins zu super finde, weiß ich, das war's. Oh, ich hoffe, du hast mal wieder schönes Neues geklickt und was dir nichts bringt. Juso, ich habe hier meinen Schutz. 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 Warte, ich bin gleich tot. Äh, mein Geheimnis nicht. Mal wieder. Aber mich halte natürlich nicht, weil, warum eigentlich? Aus Prinzip. Ne, weil ich fast Fuller-Auf habe. Was für ihn am Anfang grundsätzlich nicht freut. Und, denke ich halt nicht, oder nicht? Keine Ahnung. Und ich habe 164 Goldstücke. Du Loot die. Guck mal nach deinem Schutz. 91. Echt? Ja. Tschüss, ich habe 164 Goldstücke. Was greifst du da an? Äh, wenn du ran? Da steht bei mir hier vorne. Loool. Und er ist erstarrt. Ja, dann komm her. Guck, guck. Alter, der macht 80 Schaden mit einem Eissack. Du fängst gerade gegen einen... Axt-Soldat. Ja. Richtig. Aber ich dachte, ich fängst gegen Sonnegoal. Nö. Ich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es steht einer. Bei mir steht es hier, ja. Wo? Und an dem Teil ist mal wieder. Nö, bei mir steht nirgendwo. Guck mal hier hin. Ah. Ich habe nicht so gestoppt. Los. Das ist sehr wahrscheinlich... Also jetzt kann ich... Ich bin verstanden. Mal wieder. Und mal wieder du dann in... Nee. Das hat er schon wieder. Wo? Gerade eben. Nein. Hat er nicht. Und jetzt hat er mich gerade geheilt. Nein, er hat keine Schiemalung gemacht. Er legt ganz sicher an HP-Files. Oder TP oder Scheiß-Rocke-Files. Du weißt nicht mehr. Nenn es einfach Leben. Lebensanzeige, bitte. Wie halt einfach mal wieder dich fokuss. Jetzt fokuss der dich. Ich weiß. Du bist ja auch weg. Und rennst uns Feuer mit Lola. Weißt du was ich dazu sage? Lola. Team Heil. Komm jetzt. Da steht kein Samu mehr. Ach so, John. Halt den Weg. Hä, toll. Ach ja. Kaum ist es her, dass wir es schon mal gemacht haben. Jetzt machen wir es noch mal. Der hat es vergessen, wo es lang geht. Ja. Und das nenne ich Mitspieler. Natürlich. Du kennst mich doch. Am besten ist es gut, dass ich die Wege noch halbwegs in Erinnerung habe. Also bist du besser als ich, oder was? Ich kann mir Wege merken. Du hast ihn halbwegs in Erinnerung. Das nenne ich nicht Wege merken. Naja, du hast gerade gar nicht mehr. Nö, ich wusste, wo es lang geht. Ich bin in die falsche Richtung. Ui. Was ist ein Unterschied? Oder auch eine gute Ausrede. Weißt du, was ein weiser Mann manchmal zu mir gesagt hat? Reche mich. Rechen mich. Das nicht, aber. Nein, verlassen wir dich nicht. Ich komme. Ich bin erstarrt. Und ich bin erstarrt. Ja. Ja. Am besten ist, ich mache jetzt mal hier eine Pause und wir sehen uns jetzt gleich. Haltest du mich wenigstens vorher? Ich belebe dich gleich wieder beim nächsten Part. Yay. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt, Let's Be Together Summoner. Ich bin Summoner Gameplays und bei mir ist... Cool. Ja, ja. Schают sie drauf. Schaut mich das nicht mehr.